Ed, fliegst du schon? Nein, ich kann nicht schlafen. Hörst du das? Ja, da ist jemand oben in der Bibliothek. Es wird Onkel Brett sein. Onkel Brett? Das glaube ich nicht. Natürlich ist er es. Was soll das denn sonst sein? Ringbrecher vielleicht. Ach, du spinnst ja. Na hör doch mal. Das ist bestimmt nicht Onkel Brett. Geh doch nicht so leise. Es ist gleich Mitternacht. Er ist so leise, weil er uns nicht aufwecken will. Das hat er noch nie getan, seit wir hier sind. Es war ja auch noch nie so spät. Hast du das gehört? Ich habe ja keine Watte in den Ohren. Da hat jemand eine Scheibe zerschlagen. Glaubst du, dass Onkel Brett so etwas macht? Eigentlich nicht. Wollen wir nachsehen? Bist du verrückt? Wenn es nun wirklich ein Einbrecher ist und eine Waffe hat. Wir sollten vielleicht nach unten gehen und nach Onkel Brett sehen. Ich bleibe im Bett. Hörst du? Onkel Brett ist unter uns in seinem Zimmer. Ich habe es genau gehört. Ich nicht. Stimmt, ganz ehrlich. Wahrscheinlich klappern dir die Knie vor Angst, dass du deine eigenen Knochen hörst. Tatsächlich. Onkel Brett ist unten. Siehst du? Dann ist es also doch ein Einbrecher da oben. Sei still. Da kommt die Treppe runter. Mensch. Der K. kommt ja zu uns. Unter die Bettdecke. Und kein Luchs. Er ist abgehauen. Er hat die Fetzelscheibe kaputt geschlagen. Jetzt flüchtet er über das Garagendach. Los, hinterher. Bleib hier, Ron. Bist du verrückt? Bleib hier. Hör doch. Geh es heute mit seinem Wagen ab. Ist da jemand? Ronny, Ed? Hier. Ist alles in Ordnung bei euch? Ja. Macht doch mal Licht. Hast du den Einbrecher gesehen, Onkel Brett? Nein, leider nicht. Es war zu dunkel im Treppenhaus. Das Licht brennt ja nicht. Ich hätte eine neue Birne eindrehen sollen. Er ist oben in der Bibliothek gewesen. Wir dachten erst, dass du es bist. Was wollte eigentlich hier bei uns im Zimmer? Er wusste wahrscheinlich nicht, wo hin, weil Onkel Brett unten war. Du meinst, er wollte eigentlich nach unten und durch die Haustür raus? Klar doch. Als er merkte, dass das nicht geht, ist er durch das Fenster verschwunden. Was doch wohl geklaut hat? Das werden wir bald erfahren. Ich rufe die Polizei. Ich gehe mal nach oben. Nein, bleib lieber hier. Warum denn? Der Kerl ist doch weg. Was soll uns denn noch passieren? Das meine ich nicht. Du könntest Spuren zerstören. Ich pass schon auf. Los, komm mit. Wir bleiben draußen. Wir gehen nicht in die Bibliothek. Vorsicht. Die Tür stoßen wir mit dem Fuß auf. Da. Sieh dir das an. Die Kästen mit dem Inka-Schmutz sind zerschlagen. Onkel Brett. Was ist denn? Die Inka-Sachen sind weg. Die Inka-Sachen? Mein Gott. Das darf nicht wahr sein. Das wäre ja... Oh, das wäre ja... Die Polizei wird die Sache schon wiederfinden, Onkel Brett. Das stimmt. Also, Mr. Klipper, jetzt reicht es mir. Die Methoden, die Sie anwecken, führen nie zum Ziel. Was wollen Sie damit sagen, Sir? Dass ich mich an einen anderen Detektiv wenden werde. Sie dürfen nicht ungeduldig sein, Sir. Ich kann Sie ja verstehen. Sie möchten Erfolge sehen. Aber das geht nun einmal nicht so schnell. Entschuldigen Sie, Sir, aber... Steigen Sie aus. Sie möchte gern, Detektiv. Mr. Morgan, verstehen Sie doch. Gar nichts verstehe ich. Steigen Sie aus. Ich bekomme noch Geld von Ihnen. Entschuldigen Sie, dass ich Sie darauf hinweise, aber... Wenn Sie nicht sofort verschwinden... Ja, ich steige aus. Warte nur, morgen. Zahlen musst du doch... Hallo, Mr. Klipper. Oh, ah. Was ist mit Ihnen, Mr. Klipper? Sie sehen nicht gerade aus, als ob Sie beim Pferderennen gewonnen hätten. Das habe ich auch nicht. Im Gegenteil. Einer meiner Kunden weigert sich, mir mein Honorar zu zahlen. Zum Eis kann ich euch heute nicht einladen. Macht doch nichts, Mr. Klipper. Mit Tarn haben wir auch gar nicht gedacht. Sondern? Wir wissen, wie Sie zu Geld kommen können. Aha. Sie sind doch Privatdetektiv, oder nicht? Natürlich bin ich das. Warum? Ja, haben Sie denn nicht von dem Einbruch bei unserem Onkel Brett gehört? Allerdings habe ich das, aber daran arbeitet doch die Polizei. Seit zwei Wochen sucht die Polizei den Täter schon. Aber gefunden hat sie ihn auch nicht. Die wissen nichts, überhaupt nichts. Dabei geht es um wirklich wertvolle Sachen, die Onkel Brett aus Mittel- und Südamerika mitgebracht hat. Spangen und Dolche aus alten Inka-Schätzen, aus purem Gold. Die Versicherung hat eine Prämie von 500 Pfund ausgesetzt. 500 Pfund? Das sind eine Menge Mäuse, wie? Wir können uns das Geld doch zusammen verdienen. Wir suchen den Kerl, der bei Onkel Brett eingebrochen hat und übergeben ihn der Polizei. Und dann kassieren wir. Das wäre doch nicht schlecht, wie? Ja, schon. Aber wenn die Polizei es nicht schafft... Da kommt Onkel Brett. Guten Morgen, Mr. Klipper. Ich nehme an, Sie haben schon gehört, was passiert ist. Ronnie und Ed haben mir ausführlich berichtet. Er ist Detektiv, musst du wissen. Ich weiß, dass er Detektiv ist. Vielleicht entdeckt er etwas, was die Polizei übersehen hat. Hättest du etwas dagegen, wenn Mr. Klipper sich einmal im Haus umsieht? Was versprechen Sie sich davon, Mr. Klipper, wenn Sie das Haus besichtigen? Eigentlich nichts, Herr. Ich... Das ist ja interessant. Außerdem glaube ich nicht, dass jetzt überhaupt noch etwas zu machen ist. Und warum nicht, wenn ich fragen darf? Weil die Schmuckstücke... Reden Sie schon. Was wollten Sie sagen? Ich meine, es sind recht wertvolle Sachen. Sie sind schwer zu verkaufen. Vielleicht auch gar nicht. Deshalb besteht die Möglichkeit, dass sie inzwischen eingeschmolzen worden sind. Eingeschmolzen? Daran habe ich noch gar nicht gedacht. Das wäre ja entsetzlich. Entschuldigen Sie, ich weiß, wie Ihnen zumute ist. Ich wollte auch gar nicht... Mr. Klipper, mir scheint, Sie sind gar nicht so dumm, wie Sie aussehen. Wissen Sie was? Arbeiten Sie an dem Fall. Sehen Sie sich im Haus um. Fein. Vielen Dank, Herr Gilbert. Wieso sagst du vielen Dank? Was geht das dich an? Na, weil Mr. Klipper doch sozusagen Assistenten braucht. Und das allein bestimmt nicht schafft. Ach. Und da willst du drei Käsehochscheriff spielen, will ich? Warum nicht? Weil ihr euch dabei ganz schön die Finger verbrennen könnt. Also keine dummen Gedanken, Kinder. Einen Einbrecher zu fangen ist kein Kinderspiel. Sondern eine gefährliche Sache. Ihr haltet euch da raus, verstanden? Ja doch. Schon gut. Na also. Diese Treppe ist der Einbrecher also heruntergekommen. Genau, diese Treppe. Mhm. Als Onkel Brett unten rief, ist da jemand? Merkte der Mann, dass er nicht durch die Haustür fliehen konnte. Er versuchte, durch unser Zimmer zu entkommen. Ja, und der war ziemlich überrascht, als das nicht ging. Darauf gehe ich jede Wette ein. Er schlug das Fenster ein und flüchtete über die Garage zur Straße. Dann hätten wir einen Motor aufhalten. Wisst ihr, was das für ein Auto war? Was für ein Auto? Tja. Nein. Es stand ja vor dem Haus und dieses Zimmer liegt hinten. Eben. Man braucht ein Auto nicht unbedingt zu sehen, um es zu erkennen. Manchmal kann man es auch am Motorgeräusch identifizieren. Also, mir ist nichts aufgefallen. Mir auch nicht. Denkt mal ein bisschen darüber nach. Vielleicht erinnert ihr euch doch noch an das Geräusch. Gut. Also, über die Garage ist der Mann geflohen. Ja, ich habe ihn gesehen. Nicht deutlich natürlich. Es war ja ziemlich dunkel. Mir scheint, dass er sich recht gut im Haus ausgekannt hat. Ja, die Polizisten haben auch gesagt, dass der Mann sich gut ausgekannt haben muss. Wieso sprecht ihr immer von einem Mann? Kann es nicht auch eine Frau gewesen sein? Eine Frau? Nein, das glaube ich nicht. Obwohl, ich wette, dass es ein Mann war. Die Schritte klangen nach einem Mann. Normalerweise ist dieses Zimmer leer. Ja, ihr seid ja nur in den Ferien hier. Vielleicht wollte der Einbrecher gar nicht durch dieses Zimmer fliehen, sondern sich hier nur verstecken. Das könnte sein. Dann hat er nur einen Schreck gekriegt, weil er gemerkt hat, dass jemand in den Betten liegt. Wer arbeitet alles bei eurem Onkel? Der Äxten, der Butler. Und sonst? Ja, sonst nur noch Miss Willington, die reine Macherfrau. Aha. Und wer könnte sich sonst noch in dem Hause auskennen? Sonst eigentlich niemand. Vielleicht Handwerker, die hier mal gearbeitet haben. Oder Freunde von Onkel Brad. Oh, das sind schon recht viele. Wie ist der Täter überhaupt ins Haus gekommen? Die Polizei vermutet durch die Haustür. Ja. Er muss sie aufgeschlossen haben. Mhm. Denn das Schloss war nicht beschädigt. Es muss also jemand gewesen sein, der einen Schlüssel hatte. Oder der irgendwann einmal die Gelegenheit hatte, sich einen Nachschlüssel zu machen. Das lässt auf das Personal schließen. Mr. Exxon und Billy Nolan. Und beide sind schon von der Polizei verherrt worden. Wisst ihr, ob die Polizei etwas herausgefunden hat? Nein, ich weiß nur, dass bei Billy Nolan eine Haussuchung gemacht worden ist. Bei der aber nichts gefunden wurde, denn sonst wäre der alte Nolan wohl verhaftet worden. Wo ist der Butler? Ich möchte mit ihm sprechen. Na, ich glaube, er ist unten. Gehen wir zu ihm. Der wird sich freuen. Wetten? 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 Dürfen wir Sie einen Augenblick stören, Mr. Exxon? Was gibt es denn? Ich bin Privatdetektiv. Ich hätte ein paar Fragen an Sie. Ich habe zu tun. Entschuldigen Sie, Sir, bitte. Ich will Sie ja nicht lange aufhalten. Es muss sein. Ich habe bereits bei der Polizei ausgesagt. Und ich wüsste nicht, was ich jetzt noch zu sagen hätte. Ich verstehe ja, Mr. Exxon, dass das alles lästig und unangenehm für Sie ist. Aber Ihnen liegt doch sicherlich auch daran, dass Mr. Hendricks die unersetzlichen Kunstwerke zurückbekommt, die ihm gestohlen worden sind. Diese Inka-Schätze sind... Ich war nicht im Hause, als der Einbruch geschah. Wo waren Sie zu dieser Zeit? Es geht Sie nichts an, denke ich. Aber Mr. Exxon, wollen Sie meinem Onkel dir nicht helfen? Ich fühle mich bereits durch die Vernehmung bei der Polizei hinreichend gedemütigt. Und ich denke gar nicht daran, mich nun auch noch durch einen Privatdetektiv beleidigen zu lassen. Aber ich bitte Sie, Mr. Exxon, niemand will Sie demütigen oder beleidigen. Nein, natürlich nicht. Sie stehen doch weit außerhalb jeden Verdachts. Das ist doch klar. Das will ich meinen. Sehen Sie, es kann ja sein, dass Ihnen irgendetwas aufgefallen ist, was wir alle bisher übersehen haben, nicht wahr? Das kann ich mir nicht vorstellen. Also, Mr. Exxon, Sie haben vor der Polizei ausgesagt. Ist Ihnen noch nachträglich etwas eingefallen? Ich meine, es kommt doch vor, dass man sich später selbst vor die Stirn schlägt und sagt, dies oder das habe ich vergessen zu berichten. Es mag für Sie zu treffen. Für mich nicht. Und wo sind Sie gewesen in jener Nacht? Ich denke, das ist Privatsache. Guten Tag. Oh, bitte. Gehen Sie noch nicht. Leise, leise. Auf seine vornehme Weise ist er fort. Mit dem stimmt doch was nicht. Warum sagt er uns nicht, wo er war? Wenn er ein reines Gewissen hätte, könnte er es doch ruhig sagen, oder nicht? Aber wollen wir jetzt mit Billy Lohren sprechen? Wo ist er? Weißt du das? Er ist nicht hier. Er kommt nicht jeden Tag. Heute ist er in seinem Häuschen. Fahren wir? Wir? Wieso wir? Sie wollen es doch wohl nicht ausboten, Mr. Klipper. Wo wir ihm doch diesen Job besorgt haben. Keine Sorge. Solange es ungefährlich ist, dürft ihr dabei sein, wenn es euch Spaß macht. Prima. Das finde ich funnig, Mr. Klipper. Seht mal, was ich gefunden habe. Das ist mal sehr nett. Hier, diesen Zettel. Ich war in unserem Zimmer und wollte meinen Mantel holen. Und dabei habe ich diesen Zettel gefunden. Er lag so ein bisschen hinter dem Schrank, sodass man ihn nicht gleich sehen konnte. Zeig mal her. Hier. Komische Schrift ist das. Mann, kann man ja gar nicht lesen. Oh, warte mal. Ich glaube, das ist griechisch. Griechisch? Das sind griechische Buchstaben. Das stimmt. Siehst du, sage ich doch. Und was bedeutet das, Mr. Klipper? Das weiß ich auch nicht. Ich kann dir nur sagen, welche Buchstaben das sind. Also, da haben wir zunächst Alpha und Lambda. Da ein Bindestrich und Beta. Wieder ein Bindestrich und dann Gamma und Epsilon. Bindestrich und Omikron. Was soll das? Keine Ahnung. Wer könnte den Zettel in eurem Zimmer verloren haben? Wetten, dass es Onkel Brad war? Wer kennt denn sonst schon griechische Buchstaben? Vielleicht war es der Einbrecher. Ach, könnte doch eine Geheimschrift sein oder so. Du spinnst. Ein Einbrecher, der griechisch kann. Ich gehe jede Wette ein, dass es Onkel Brad war, der diesen Zettel verloren hat. Wir werden Onkel Brad fragen, sobald er aus dem Geschäft kommt. Jetzt fahren wir erst einmal los. Ihr wisst ja, wo Billy Nolan wohnt, oder nicht? Doch, ich weiß es. Klar wissen wir. Da ist das Haus von Billy Nolan. Da wären wir. Haus? Das ist so mehr eine Süße als ein Haus. Sieht ziemlich traurig aus, finde ich. Kombiniere, armer Mann, der scharf auf Gold ist. Und der Griechisch kann und Geheimbotschaften hinterlässt. Was? Das könnte doch sein, Mensch. Hört auf, euch zu zanken, bitte. Okay, okay, schon gut. Ihr beiden bleibt hier im Wagen. Wenn wir nicht spannend werden, dürfen wir nicht dabei sein. Wir können uns doch hinter der Hecke dort verstecken. Ja. Dann können wir wenigstens hören, was der Alte sagt, falls er sie nicht ins Haus lässt. Gute Idee. Na schön, meinetwegen. Ihr verhaltet euch aber still. Verstanden? Ja, ganz bestimmt. Okay, dann gehe ich jetzt drüber. Wir verschwinden hinter der Hecke. Ja, komm. Ja, was ist? Mein Name ist Klipper. Peter Klipper. Ich kaufe nichts. Ich will Ihnen auch gar nichts verkaufen, Mr. Nolan. Ich bin Privatdetektiv. Detektiv? Was soll das? Was wollen Sie von mir? Es geht um den Einbruch bei Mr. Hendricks. Ich habe ein paar Fragen. Ihnen ist ja sicher auch daran gelegen, dass Mr. Hendricks zurückerhält, was ihm gestohlen worden ist. Mir? Nee. Das ist mir egal. Ruhig, Brix. Ruhig. Können Sie den Hund nicht etwas zurücknehmen, Mr. Nolan? Der Hund bleibt bei mir. Wenn Ihnen das nicht passt, können Sie ja verschwinden. Natürlich passt mir das. Ich habe ja nichts gegen Ihren Hund. Entschuldigen Sie. Nur eine Frage noch, Mr. Nolan. Sie haben doch einen Schlüssel zum Haus, nicht wahr? Natürlich habe ich einen. Was dachten Sie? Und wo, Mr. Nolan, waren Sie in der Nacht, als bei Mr. Hendricks eingebrochen worden ist? Dämliche Frage. In Glasgow natürlich. Das habe ich doch schon der Polizei gesagt. In Glasgow? In Glasgow. Bei einem Treffen der Kriegsveteranen. So, und jetzt reicht's mir. Ich habe keine Zeit mehr für Sie. Entschuldigen Sie, Mr. Nolan. Bitte, nur noch eine Frage. Guten Tag. Bitte, Mr. Nolan. Ricks! Bitte, Mr. Nolan, wir werden doch nicht... Hallo, Ricks! Geh ja schon, Mr. Nolan. Bitte... Ricks! Nicht, ich... Ricks! Rommi! Ed! Mr. Clever, was ist? Zurück zum Auto. Okay, wir kommen. So ein Lumpen. So eine gemeine, den Hund auf Sie zu hetzen. Weckt denn das, Nolan, was mit dem Einbruch zu tun hat? Wieso das denn? Tja, es würde zu ihm passen. Dem Kerl traue ich alles zu. Und was ist mit Mr. Axton? Ja, den mag ich zwar nicht besonders, aber ich glaube, dass er viel zu ehrlich ist, um einen Einbruch zu begehen. Oh Mann, wie lange ist der schon bei Onkel Boyd? Hey, sieh mal da! Was denn? Das Mädchen mit dem VW? Klar doch, die. Na und? Das ist doch Jenny, die Tochter von Mr. Nolan. Nolans Tochter? Ja, da kommt sie. Ist sie hübsch, was? Hübsch? Aufgedonnert ist die Alte. Ach, du hast da keine Ahnung, Ronnie Boy. Außerdem ist die Alte garantiert nicht älter als 20, wetten? Das sage ich doch. Für dich schon bald eine Oma. Komm, komm, beim Mädchen kannst du sowieso nicht mitreden, du Milchzahn. Zackt euch nicht, ihr Grünschnäbel, in eurem Alter hat man noch keine Mädchen im Kopf. Wieso denn? Ich bin immerhin schon 13. Ich lache mich tot, in einem halben Jahr bist du 13. Ruhe, sagt mir lieber, was ihr von den Mädchen wisst. Nichts, ich weiß nur, dass sie Jenny heißt. Sie gefällt Ihnen wohl, Mr. Klipper? Doch, doch, es ist ein hübsches Mädchen, das kann man nicht leugnen. Also, los. Unkel Brad ist schon da, kommt rein. Kommen Sie, Mr. Klipper. Guten Tag, Mr. Hendricks. Stören wir? Nein, nein, kommen Sie ruhig rein. Danke, danke. Schon so früh zurück aus dem Geschäft, Unkel Brad? Ich habe mir etwas Arbeit mitgenommen. Was gibt es, Mr. Klipper? Ich habe nur ein paar Fragen, Sir. Ich halte Sie nicht lange auf. Na, dann fragen Sie. Dieser Billy Nolan. Wissen Sie, ob er wirklich in Glasgow war, als der Einbruch geschah? Er war dort, mit absoluter Sicherheit. Haben Sie ihn etwa in Verdacht? Nein, ganz bestimmt nicht, Sir. Er scheint mir ein ehrenwerter Mann zu sein, nur vielleicht etwas mürrisch und abweisend. Das ist er. Aber wer will ihm das verdenken? Er will mit Polizisten und Detektiven nichts mehr zu tun haben. Nichts mehr? Nun ja, er ist vorbestraft, aber das ist lange her. Er hat wegen eines kleinen Diebstahls vor 15 Jahren im Gefängnis gesessen. Ach, das ist interessant. Ich habe ihn damals aufgenommen und beschäftigt, um ihm eine Chance zu geben. Er hat meinen Vertrauen niemals enttäuscht. Niemals. Nun verstehe ich natürlich, weshalb er so abweisend war. Man möchte natürlich an einen solch dummen Fehler nicht wieder erinnert werden. Der Einbruch muss ihm sehr unangenehm gewesen sein. Nolan ist am nächsten Morgen gleich zu mir gekommen und hat mir geschworen, dass er nichts damit zu tun hat. Er ist direkt vom Bahnhof zu mir gekommen. Woher wusste er, dass bei Ihnen eingebrochen worden ist? Aus der Zeitung. Ach so. Stand in der zweiten Ausgabe. Ja. Na, wir möchten Sie nicht länger stören. Besten Dank für Ihre Hilfe, Sir. Hilfe? War das denn eine Hilfe? Aber ja doch, Sir. Sehr. Sehr. Und was nun? Tja, jetzt müssen wir unseren Verdacht gegen Billy Nolan wohl endgültig vereinen lassen. Er kann schließlich nicht gleichzeitig in Glasgow und London gewesen sein. Okay. Ich schlage vor, wir hängen den Pfeil an den Nagel. So wie es die Polizei wohl auch getan hat. Warum denn? Nolan könnte schließlich einen Helfershelfer gehabt haben. Natürlich. Ach ja. Also, dass wir darauf noch nicht gekommen sind. Es könnte doch so gewesen sein, dass Nolan einen anderen über das Haus informiert hat. Genau. Und während er in Glasgow weht, bricht der andere ein. So kann Ihnen niemand etwas beweisen. Äh, und äh, was ist mit Mr. Axton? Wieso? Was soll mit ihm sein? Er wollte uns nicht sagen, wo er zur Tatzeit war. Wir sollten ihn im Auge behalten. Glauben Sie, dass er es war? Oder meinen Sie, es war Nolan? Ich glaube und meine gar nichts. Ich schlage vor, dass wir Billy Nolan mal ein wenig beobachten. Vielleicht erfahren wir etwas dabei. Vielleicht taucht tatsächlich irgendwann jemand auf, der ihm geholfen hat. Falls er es war. Und Axton? Wollen wir den nicht beobachten? Genau. Selbstverständlich. Wir können aber nicht beide zugleich überwachen. Deshalb schlage ich vor, dass wir uns zuerst auf Nolan konzentrieren. Waren wir noch einmal zu seinem Haus? Genau das. Mal sehen. Da, da ist Jenny Nolan wieder. Sie will gerade wegfahren. Sie sieht zu uns herüber. Hoffentlich fällt ihr nichts auf. Mann, die haut hier ab wie die Feuerwehr. Bleibt mal hier im Wagen. Ich steige aus und gehe zu der Hecke dort, wo ihr euch vorhin versteckt habt. Später könnt ihr mich dann ablösen, ja? Ach, Mr. Klipper. Später ist es dunkel und dann müssen wir nach Hause. Ja, richtig. Es ist doch viel besser. Wir fangen jetzt an und Sie lösen uns später ab, wenn es dunkel wird. Du hast recht. Es ist tatsächlich besser. Ich fahre ein Stückchen weiter. Nolan braucht den Wagen nicht zu sehen. Also bis dahin, Mr. Klipper. So. Also, auf in den Kanten. Vielleicht fällt dieser verdammte Köder nicht über uns her. Du, da kommt dein Auto. Mensch, pass auf, duck dich. Das ist nicht der Kerl. Er sieht ja wirklich unheimlich aus. Wie ein Gänster. Dem möchte ich nicht im Dunkeln begegnen. Wetten, dass das der Verbindungsmann ist? Du, aber mit deinen Wetten. Du sollst doch einmal nicht kapiert haben, dass ich nicht wette. Es könnte doch sein, dass das der Mann ist, der für Nolan den Einbruch begangen hat. Du hast ihn noch gesehen in der Nacht. War er es? Könnte sein. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Es war viel zu dunkel. Du, pass auf. Der geht zur Tür und klingelt bei Nolan. Oh, Mr. Beuth. Kommen Sie rein. Sind Sie allein? Meine Tochter ist im Seminar. So ein Ärger. Sie gehen ins Haus. Warum unterhält er sich nicht vor der Tür mit Ihnen? Ist doch klar. Weil Sie was zu verbergen haben. Ich wette mit dir, dass etwas oberfaul ist. Auf die Wette verzichte ich. Was die wohl miteinander zu bereden haben. Na, was schon. Wie sie die Beute verkaufen können. Glaubst du wirklich? Ja, bestimmt. Da. Sie kommen schon wieder heraus. Also, es bleibt dabei, Mr. Nolan. Sie erscheinen, wenn es dunkel geworden ist. Es braucht ja nicht jeder zu sehen. Da haben Sie recht. Wollen Sie... Nicht so laut. Es braucht ja niemand zu hören. Sie verstehen. Und ob. Bis später. Bis später. Bis später dann. Mensch, ich werde verrückt. Das war doch so, was wie eine halbe Schuldgeständnis. Komm. Das müssen wir sofort Mr. Klipper berichten. Ja, los. Der wird staunen. Na, was habt ihr gehört? Die beiden taten sehr geheimnisvoll. Der Mann, Boyd heißt er, soll wiederkommen, als es dunkel geworden ist. Damit nicht jeder sehen kann, was die beiden zu tun haben. Und Nolan sagte, Boyd soll ja nicht so laut reden, weil niemand zu hören brauche, was sie miteinander zu gereden hätten. Genau. Und Boyd hat gefragt, ob Nolan allein ist. Und Nolan hat gesagt, dass Jenny... Meine Tochter ist im Seminar, hat er gesagt. Im Seminar? Ja. Also geht sie zur Universität? Komisch. Der Alter hat doch kein Geld. Er ist arm wie eine Kirchenmaus. Aber seine Tochter besucht die Universität. Das stimmt doch etwas nicht. Ein Studium kostet viel Geld. Keine voreiligen Schlüsse. Alles kann eine ganz normale Erklärung haben. Glaube ich nicht. Ich auch nicht. Denk doch mal an den Zettel mit den geheimnisvollen griechischen Buchstaben. Die könnte Nolan doch aus den klugen Büchern von seiner Tochter abgeschrieben haben. Wer auf Verbrecherjagd ist, sollte sich vor vorgefassten Meinungen hüten. Dabei kann man gewaltig auf die Nase fallen. Wir haben keine vorgefassten Meinungen. Wir kombinieren. Richtig. Und wie geht es jetzt weiter, Mr. Klupper? Ich werde heute Abend aufpassen. Wir werden ja sehen, was die beiden zu verbergen haben. Schläfst du schon, Ed? Nein, ich kann nicht schlafen. Ich muss immer an die griechischen Buchstaben denken. Was die wohl zu bedeuten haben. Und ich muss immer an Nolan und Boyd denken. Ich möchte wissen, was die beiden vorhaben. Ich auch. Ob Boyd schon gekommen ist? Klupper wird es uns morgen erzählen. Hoffentlich kommt er allein zurecht. Bestimmt nicht. Glaubst du? Ich weiß es. Wieso? Man hat so seine Erfahrungen, verstehst du? Du Spinner. Dem Boyd würde ich einen Einbruch ohne weiteres zutrauen. Warum? Naja, es sieht schon so aus wie ein Verbrecher. Wirkliche Verbrecher sehen nicht so aus, wie man sich Verbrecher vorstellt. Weißt du das? Ja, man hat so seine Erfahrungen, verstehst du? Ich bin selber Spinner. Also was ist? Bleiben wir hier und versuchen zu schlafen? Oder gehen wir zur Klupper? Wir schleichen uns raus. Bist du dabei? Was denkst du denn? Ist doch klar. Also los. Und hübsch leise. Damit Onkel Brett nichts merkt. Wir klären über die Garage. Was der Dieb konnte, das können wir schlafen. Das ist schon lange. Komm. Okay. Da ist der Wagen von Mr. Klupper. Der steht bei der Hecke. Los, gehen wir hin zu ihm. Hallo, Mr. Klupper. Was wollt ihr denn hier? Seid ihr verrückt geworden? Wir haben uns gedacht, dass es unverantwortlich von uns wäre, sie in dunkler Nacht allein zu lassen. Macht keine Witze. Ihr geht sofort wieder nach Haus. Wollen Sie uns wirklich allein gehen lassen? Sie könnten Onkel Brett niemals mehr in die Augen sehen, wenn wir überfallen würden. Seid bloß still, ihr Schlitzohren. Und wenn uns was passiert? Also gut. Ich gebe mich geschlagen. Ihr bleibt bei mir. Siehst du? Ich wusste ja, dass Mr. Klupper unseren Beistand braucht. Los, versteck dich, Ronny. Da kommt der Lastwagen. Der Hild. Da. Das ist der Finsterling von heute Mittag. Dieser Beuth? Genau der. Psst. Hört mal. Fertig, Mr. Nolan. Alles klar. Wir können sofort starten. Den Hund lassen wir besser hier, ja? Er bleibt hier. Wir müssen hinterher. Schnell zum Wagen. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Oh je, das ist ein Schaf. Ich bin gespannt, wohin die fahren. Das bin ich auch. Wie spät ist das? Kurz nach zehn. Der Lastwagen hält. Jetzt schon. Hast du nicht mal einen Kilometer gefahren? Tatsächlich. Nolan und Beuth steigen aus. Sie gehen in das alte Geschäftshaus. Da ist doch nichts zu holen. Also wenn Sie da einbrechen wollen, dann lohnt sich das bestimmt nicht. Jetzt machen Sie sogar das Licht an. Seltsam. Das sieht nicht nach einem Einbruch aus. Nolan kommt heraus. Was hat er denn da? Es sieht aus wie das Gestell von einem alten Eisenbett. Und da ist Beuth. Er trägt ein verbogenes Regal. Was soll denn das? Ich habe keine Ahnung. Jetzt kommen Sie wieder heraus. Könnt ihr erkennen, was Sie tragen? Nein, ich kann es nicht erkennen. Nein, nein. Es sieht aus wie ein Kasten. Ja. Er scheint ziemlich schwer zu sein. Seht euch an, wie Sie sich anstrengen müssen, den auf den Lastwagen zu heben. Ach schade, man versteht nicht, was Sie sagen. Ich steige einmal aus und horche nach, ja? Nein, bleib hier. Ich bin ganz vorsichtig, bestimmt. Ach, da drin ist zu viel Licht. Von hier aus müssen Sie zu hören sein. Da, Sie kommen raus. Na ja, die Kasse ist wenigstens nicht so schwer. Ich hätte nicht gedacht, dass wir den Geldfrank allein schaffen. Was haben Sie denn noch da drin? Er ist leer. Absolut leer. So, Moment, so, fassen Sie an. So, Moment, jetzt, heben wir das Ding zusammen da rauf. So. Ihre Tochter studiert, Mr. Nolan? Ja, sie studiert. Was denn? Chemie. Chemie? Was will sie denn mal werden? Ich habe keine Ahnung. Ich verstehe mich nicht besonders gut mit ihr. Soll sie machen, was sie will. Da bin ich wieder. Hast du ein Glück. Beinahe wärst du nämlich erwischt worden. Bewischt? Wieso? Wie ist der nicht, der Bobby da kommt? Ein Polizist? Wie unangenehm für Nolan. Ich glaube nicht, dass es unangenehm für ihn ist. Warum nicht? Der Bobby geht in das Haus. Nun bin ich aber mal gespannt. Ich nicht. Warum nicht, Ronnie? Weil ich glaube, dass dies das Geschäft ist, das Nolan früher mal hatte. Er räumt es aus. Aber das wäre ja... Still. Der Polizist kommt wieder heraus. Und Boyd und Nolan auch. Sie tragen noch ein Eisenbett zum Wagen und der Bobby kümmert sich nicht darum. Was habe ich gesagt? So eine Enttäuschung. Und ich hatte schon gehofft, dass wir Nolan endlich erwischt hätten. Sie steigen wieder in den Lastwagen. Waren wir hinterher? Es hat wohl wenig Sinn, wenn wir hinterher fahren. Warum nicht? Weil sie zum Schrottplatz fahren werden. Wir hätten gleich darauf kommen können. Was Nolan macht, ist ganz in Ordnung. Ihm war es nur peinlich vor den Leuten, dass er erst jetzt die letzten kümmerlichen Reste von seinem ehemaligen Geschäft verkauft oder verkaufen muss, weil er das Geld dringend braucht. Und warum hat er es nicht schon längst ausgeräumt? Vielleicht hat er immer noch gehofft, das Geschäft eines Tages wieder aufmachen zu können. Na, ich weiß nicht. Da kommt Ginny! Sie hält vor dem Geschäft und läuft ins Haus. Das ist der Klipper. Ich muss Ihnen etwas sagen. Still, Ronnie. Sie kommt wieder heraus. Sie scheint ziemlich aufgeregt zu sein. Jetzt steigt sie in den VW und fährt los. Oh Mann, oh Mann. Es ist wichtig, Mr. Klipper. Gleich, Ronnie. Wir fahren hinter Ginny her. Oh mein Gott. Sie fährt wie der Teufel. Hören Sie doch, Mr. Klipper. Nicht jetzt, Ronnie. Mir ist etwas eingefallen. Ich muss verteufelt aufpassen, dass Sie Ginny nicht verlieren. Oh mein Gott. Sie fährt in den Industriehof. Sie fährt in den Industriehof. Oh. Da ist ein Schrottplatz. Ich sagte doch, dass Billy Nolan nur seine alten Sachen verkaufen wollte. Alles, was aus Metall ist, wird verschrottet. Jenny scheint aber gar nicht damit einverstanden zu sein. Ich lasse den Wagen hier draußen stehen. Mr. Klipper, mir ist eingefallen, dass der Wagen, mit dem der Einbrecher in jener Nacht geflohen ist, ein VW gewesen ist. Wieso? Als sie das Motorengeräusch von Jennys Wagen hörte, fiel es mir wieder ein. Warum hast du das nicht früher gesagt? Ich wollte ja. Aber Sie haben mich ja nicht zu Wort kommen lassen. Ist das wichtig? Ich meine das mit dem VW? Ich weiß nicht. Kommt. Wir wollen doch mal sehen, was Jenny hier will. Es wird neblig. Man kann kaum noch etwas sehen. Wir sind ganz in der Nähe vom Hafen. Hier ist es meistens neblig. Seht doch. Jenny hat ihren Wagen hier abgestellt, obwohl der Schrottplatz erst da hinten ist. Vielleicht fühlen Sie nicht, dass Ihr Vater Sie sieht? Warum sollte Sie das nicht wollen? Halt still. Sie laden das Zeug ab. Besonders behutsam gehen Sie nicht damit um. Warum auch? Es ist ja nur Schrott. Jetzt sind Sie fertig. Vorsicht. Wir verstecken uns hinter den Fässern dort. Ja, komm. Los. Der Lastwagen kommt. Wollen wir nicht hinterher? Wozu? Mr. Klipper, wohin wollen Sie? Ich will dorthin, wo Sie den Schrott abgeladen haben. Warum? Was gibt es da zu sehen? Das werdet Ihr gleich erfahren. Und jetzt leise. Der Front brennt Licht. Da ist jemand mit einer Taschenlampe. Psst. Leise. Ganz leise. Ob das Jenny ist? Bestimmt ist sie das. Ja. Jetzt erkenne ich Sie. Ja, ja. Sie scheint etwas im Schrott zu suchen. Da ist der Geldschrank. Ja, das ist er. Da. Jenny hat ihn auch gesehen. Verstehe ich nicht. Ich denke, der ist leer. Still. Sei doch still. Sonst entwischt uns der Fisch. Jetzt versucht sie, ihn zu öffnen. Da muss doch noch was drin sein. Was denn? Bill Nolen hatte gesagt, dass er leer ist. Hm. Guten Abend, Miss Jenny. Wer sind Sie? Ein Freund. Ich kenne Sie nicht. Was suchen Sie hier? Das wollte ich Sie fragen, Miss Nolan. Das geht Sie überhaupt nichts an. Oh, ich denke doch. Warum haben Sie denn gewartet, bis Ihr Vater weg ist? Er hat nichts damit zu tun. Ich will es Ihnen sagen, Miss Nolan. Weil Ihr Vater nicht erfahren soll, dass sich in dem Geldschrank noch etwas befindet. Etwas sehr Wertvolles. Das Gold. Mensch, ich werde verrückt. Die ganze Zeit über haben wir geglaubt, dass der Einbrecher ein Mann gewesen ist. An ein Mädchen haben wir überhaupt nicht gedacht. Laufen Sie doch nicht weg, Miss Jenny. Es ist doch alles zu spät für Sie. Bleiben Sie hier. Bleiben Sie doch. Sie ist weg. Sie ist zu ihrem VB. Da kriegen wir sie noch. Bleibt hier. Lasst sie ruhig wegfahren. Die Polizei wird sich schon bald verhaften. Sie hat keine Chance mehr. Wie sind Sie bloß darauf gekommen, dass es Jenny war, die bei Onkel Brett eingebrochen hat? Das erzähle ich euch später. Wie ist es mit euch beiden? Seid ihr mutig genug, für einige Minuten hier allein zu bleiben? Ich will von der nächsten Telefonzelle bei eurem Onkel Brett anrufen. Er soll hierher kommen und einen Polizisten mitbringen. Und wenn Jenny kommt? Du fürchtest dich ja wohl nicht vor seiner alten Oma. Nee, eigentlich nicht. Also gut, ihr Helden. Ich bin gleich wieder da. Das ist Mr. Klipper. Ja. Und Onkel Brett scheint auch schon zu kommen. Er bringt die Polizei gleich mit. Hey, Mr. Klipper! Hallo, Ronnie. Hallo, Ed. Alles gut überstanden? Selbstverständlich. Was dachten Sie? Da seid ihr ja. Na, wartet. Wir haben noch ein Hühnchen miteinander zu rupfen. Mitten in der Nacht wegzulaufen. Seien Sie nicht böse mit den beiden, Mr. Hendricks. Sie sind mal ganz schön still, Mr. Klipper. Sie bekommen auch nur Ihren Senf. Aber alles zu seiner Zeit. Wo ist der Geldschrank? Sehen Sie, der Geldschrank hat ein Kombinationsschloss. Man muss verschiedene Zahlen einstellen, wenn man es öffnen will. Gib mir mal den Zettel mit den griechischen Buchstaben, Ronnie. Hier ist er. Ja. Also. Dreizehn. Fünf. So. 32. Das ist... Aha. So. Und acht. Ja. Donnerwetter. Das Gold! Das ist ja nicht zu glauben. Mein Respekt, Mr. Klipper. Das habe ich nicht für möglich gehalten. Sie haben das Gold gefunden. Das sind die Sachen, die mir gestohlen worden sind. Wie um alles in der Welt sind Sie darauf gekommen, ist der Klipper? Du und Ed haben mir dabei geholfen. Durch euch habe ich erfahren, dass Jenny Nolan studiert. Jenny Nolan? Was hat die damit zu tun? Langsam, langsam. Immer der Reihe nach. Jenny Nolan studiert Chemie. Und sie fährt einen alten VW. Ein VW ist nach dem Einbruch vor dem Haus von Mr. Hendricks abgefahren. Irrtümlich geriet Jenny ins Zimmer von Ronnie und Ed. Dort verlor sie einen Zettel. Richtig. Den Zettel mit den griechischen Buchstaben. Genau. Mit den griechischen Buchstaben notierte sie sich in verschlüsselter Form Zahlen. Alpha Lambda bedeutet Al. Das ist die Abkürzung für Aluminium. Das haben wir in der Schule gehabt. In Chemie. Aluminium hat im periodischen System der Elemente die Zahl... die Zahl 13. 10. Richtig. Bohr die Nummer 5. Germanium die Nummer 32. Und Sauerstoff die Nummer 8. Bohr wie Beta. Germanium wie Gamma und Epsilon. Oxygen oder Sauerstoff wie Omikron. Ganz einfach. Ui. Tja, dummerweise hatte Jenny den Zettel verloren. Die richtigen Zahlen fielen ihr nicht mehr ein. Sie muss einen Heidenschreck bekommen haben, als sie merkte, dass ihr Vater den Geldschrank verkauft hatte. Ganz bestimmt. Warum hat sie das nur getan? Vermutlich brauchte sie dringend Geld. Das Studium dürfte ziemlich teuer für sie sein. Naja, und ihr beiden Knaben, ihr sucht jetzt ganz schnell euer Bett auf. Sonst vergesse ich, dass ich eine außerordentlich gutmütige Seele bin. Gute Nacht, Mr. Clipper. Gute Nacht, Mr. Hendricks. Ich werde dafür sorgen, dass sie die Versicherungsprämie bekommen. Sie haben sie redlich verdient. Oh, danke. Und wir? Ronnie und Ed werden ihren Anteil daran erhalten. Mensch, prima. Klasse. Jetzt würde ich aber noch ganz gern wissen, warum Mr. Axton, der Butler, absolut nicht sagen wollte, wo er in der Nacht gewesen ist, als der Einbruch passierte. Naja, wenn du mir versprichst, dass du es nicht ausplauderst, dann sage ich es dir. Ich schwöre, ich auch. Nun gut, dann will ich es verraten. Mr. Axton war im Kino. Im Kino? Ja, im Kino. Er hat einen ganz blöden Film von dick und doof gesehen. Und er muss zugeben, dass ein ach so vornehmer Herr wie Butler Axton so etwas auf gar keinen Fall gestehen kann. Er wird sich ja bis auf die Knochen blamieren, meint er. Ich lache mich zu uns. Das ist super omerig. Ha, ha, ha. Das ist super omerig. ... ... ... ... ... ...